Wie Meditation mein Leben verändert hat. Atme tief ein, atme tief aus. Was ist Meditation? Meditation ist für mich das Leben im Jetzt. Die bewusste Wahrnehmung meines Umfelds, meiner Gedanken und die bewusste Ausdrucksweise. Das alles ist Meditation. Mein ganzes Leben ist Meditation. Mach dein Leben zur Meditation. Meditiere beim Arbeiten. Meditiere beim Essen. Beim Tanzen. Meditiere beim Tun. Was immer es ist. Meditiere beim Sex. In der Unterhaltung mit Freunden, mit Freunden. Sei immer 100% dort. Im Hier und Jetzt. Meditiere immer. Meditation ist nicht nur... Das hilft. Atemtechniken helfen beim Meditieren. Oder sind auch ein Schlüssel in die Tür zur Meditation. Ein kleiner Türöffner. Meditiere immer. Führe Atemtechniken aus und meditiere jeden Tag. Vielleicht 5-10 Minuten. Und denke dran, auch während dem Tanzen, während dem Lernen, während dem Unterricht, während dem Lehren zu meditieren. Und hier und jetzt zu sein. Meditiere immer. Für mich war Meditation einer der Schlüsselerlebnisse, als ich in Thailand im Kloster war, in einem Stille-Retreat, 7 Tage schweigen, 7 Tage nichts reden und ganz wenig hören. Einfach mal die Körper, Energien, was auch immer um mich passiert, wahrnehmen und sein lassen. Gedanken, die von links wie Wolken in meinen Kopf wandern und über die andere Seite wieder nach draußen wandern, wahrnehmen, beobachten und nicht bewerten. Meditation bewertet nicht. Bewerte auch du weniger und lebe mehr. Mach das Leben zu einer Meditation.